Wir wollen, dass die SPD die stärkste politische Kraft nach der Bundestagswahl wird, damit sie das Mandat bekommt, dieses Land besser und gerechter zu machen, dass sie das Mandat bekommt, den Menschen den Respekt entgegenzubringen, den die Menschen in diesem Lande verdienen. Und ich will, liebe Genossinnen und Genossen, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Herzlichen Dank und Glück auch. Martin Schulz ist natürlich für mich persönlich der Hoffnungsträger der SPD. Ich meine, er ist quasi der entscheidende Grund gewesen, warum ich erst vor kurzem der SPD beigetreten bin. Ich bin Neumitglied der SPD, ich bin erst seit anderthalb Monaten Mitglied. Und erst durch Martin Schulz habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass es wieder eine Möglichkeit ist, in der Politik etwas zu bewegen.